24 Prozent eurer gesamten Einnahmen müsst ihr jetzt nochmal abdrücken. Machen wir kurz Redbubble. Ja, Redbubble hat sich entschlossen, sie wollen ein bisschen mehr Geld haben. Und führen deswegen jetzt Fees ein, also Gebühren quasi, dafür, dass ihr da einen Account habt und verkauft, basically. Und erstmal muss man natürlich sagen, ist das jetzt nicht so verwunderlich, dass die Plattformen sich irgendetwas aussuchen, wie zum Beispiel auch Spreadshirt, um zu überleben. Gegen diese Übermacht Amazon, ja. Amazon ist der Platzhirsch, der Platzhirsch. Die haben halt übertrieben viel Traffic, ja. Ja, gefühlt jeder, also ich meine, man muss ja nur mal an sich selbst denken. Ich meine, ja, wahrscheinlich gibt es auch Leute, die lehnen halt Amazon generell ab, weil viel Müll produziert wird, schlechte Arbeitsbedingungen, wie auch immer. Aber ein sehr, sehr großer Teil der deutschen oder auch Weltbevölkerung, nehmen wir mal die westliche Welt, denkt, wenn sie online einkaufen, automatisch an Amazon. Das heißt, egal was du haben willst, du guckst halt einfach auf Amazon erstmal. Also du gibst inzwischen ja nicht mehr Sachen bei Google ein. Also wenn du etwas kaufen willst, fragst du ja nicht Google, wo gibt es das, sondern du guckst erstmal auf Amazon. So, und nur wenn es es da nicht gibt, dann guckst du halt vielleicht nochmal was an, woanders, ja. Bei Kleidung mag das vielleicht noch etwas anders sein. Bei Damenbekleidung so, die suchen dann eventuell direkt auch nochmal bei den Zara oder direkt bei den Modehäusern, wie auch immer. Aber, ja, so, dagegen muss man natürlich erstmal halten und das bringt dann eben auch, ja, andere Effekte mit sich, dass Amazon natürlich Ware deutlich günstiger beziehen kann. Dementsprechend sind die Preise auch niedriger und die Vergütung für uns als Dienstleister, die die Designs bereitstellen, kann dementsprechend natürlich auch höher ausfallen. So, das heißt, es ist ja ganz klar, dass die kleineren Plattformen sich irgendetwas einfallen lassen müssen, um zu überleben, um da irgendwie mitzuhalten. Und ich weiß nicht mehr, welches Video das war, aber ich habe schon vor sehr, sehr langer Zeit eins gemacht, wo ich auch darüber gesprochen habe, dass man gegen diese, also dieses Groß gegen Klein ist halt eine aussichtslose Sache, ja. Das heißt, die Kleinen werden immer von den Großen gefressen, außer sie suchen sich eine Nische aus, die so spezifisch ist, dass sie für die Großen nicht lohnt. Und so, und das ist ja nicht, das ist nicht nur Online-Handel, das ist Fitnesscenter zum Beispiel, ist auch so ein gutes Beispiel. Wie viele kleine Fitnesscenter gibt es noch, ja, im Vergleich zu vor zehn Jahren, 15 Jahren. Das wird halt alles aufgefressen, weil dann irgend so eine Kette wie McFit, John Reed und was es nicht noch alles für Ableger gibt. Und die sagen, du kannst hier 24-7, wir haben 24 Stunden am Tag offen, ja, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr und du bezahlst fünf Euro im Monat oder so. Also da gibt es ja wirklich schon absurde Preise, die man da nur zahlen muss. Ja, sagt da halt mal so ein kleines Studio, was überproportional viele Mitarbeiter beschäftigt, um die Kunden halt auch wirklich zu betreuen, da mit dem Preis mitzugehen. Das klappt halt nicht. Das heißt, man muss sich eine Nische suchen und so speziell sein, dass so eine Kette sagt, ja, das bieten wir halt nicht mit an. Ja, weil das so klein und nischig ist, da ist so wenig Geld drinne in dieser Nische, dass wir das nicht mit abdecken. Aber die Leute, die in diese Nische reingehen oder genau das für wichtig halten, die gehen dann halt in dieses kleine Studio. Und genauso lässt sich das eben auch auf Sprint-on-Demand-Plattformen beziehen. Das ist zum Beispiel, wie Spreadshirt das ja auch schon macht, die haben ja einen wesentlich größeren Produktkatalog. Und da gibt es dann eben auch sowas wie Umstandsmode, Bio-Baumwolle, also gerade so diese ganze ökologische Richtung, dass man eben Fairtrade, Kleidung, also ich denke, ihr wisst, was ich meine, dass man da reingeht, weil das Amazon nicht anbietet. So, man muss halt einfach die Leute dann abfangen, die Amazon nicht bedienen kann. Und deswegen muss man sich halt Sachen einfallen lassen. Nur meines Erachtens nach schrauben die Plattformen halt irgendwie immer an der falschen Stelle. Weil die gehen nicht in diese Nischen rein, sondern sie versuchen weiterhin mit diesen großen Plattformen wie Amazon mitzuhalten. Und lassen sich solche Fees einfallen, wo sie sagen, ja, wir zwacken uns jetzt von dem, was du eigentlich als Designer bekommst, was ja schon nur ein Teil des Umsatzes ist. Ja, also, das muss man sich mal vorstellen. Die Plattform macht quasi einen Umsatz und ihr bekommt Tantiemen, Royalties, irgendwie also quasi eine Art der Vergütung. Aber diese Vergütung gibt es ja schon erst, nachdem sich die Plattform bereits selber etwas weggenommen hat. Ja, also, eure Vergütung ist ja nicht der Rest, der übrig bleibt nach Produktions- und Versandkosten, sondern da ist ja trotzdem noch ein Teil, den die Plattform schon bekommt, logischerweise, was ja auch ganz natürlich ist. Aber was muss man denn jetzt geraucht haben, ja, im Fall von Redbubble, dass sie jetzt sagen, von dieser Vergütung wollen wir am Ende aber auch nochmal was haben. Und zwar genau so viel. Das ist jetzt eine Tabelle, also auf der linken Seite. Den Betrag, den ihr als Designer quasi umsetzt, ja, und rechts davon die Fee, die ihr dann quasi nochmal bezahlen müsst oder abgeben müsst, wenn ihr in diesem Bereich umgesetzt habt. Also umgesetzt eure Vergütung, ja, wenn eure Vergütung in diesem Bereich lag. Und wenn wir diese Tabelle mal weiterspinnen, dann kommen wir, wenn wir einfach mal den letzten Punkt angucken, was ja logischerweise prozentual schon mit das Beste ist. Aber nehmen wir mal an, ganz unten, ihr setzt 200 oder ihr bekommt theoretisch 250 Dollar an Royalties. Dann müsst ihr davon nochmal 60 Dollar abgeben. What? What? So, also klar, da steht 250 bis 300, aber theoretisch, sobald ihr 250 und 1 Cent quasi umgesetzt habt, feilt ihr ja in diese Kategorie. Das ist ja das Ding. Es ist ja auch nicht pauschal eine Prozentangabe. So viel müsst ihr jetzt abgeben, sondern es ist ja in diese Tierstufen, nenne ich es jetzt einfach mal, unterteilt. So, das heißt, ihr habt knapp über 250 Dollar theoretisch, die ihr bekommt und müsst jetzt 60 Dollar abgeben. Das sind 24 Prozent. 24 Prozent eurer gesamten Einnahmen müsst ihr jetzt nochmal abdrücken als Vieh, nachdem sich ja die Plattform schon etwas genommen hat. Wie gesagt, das muss man sich ja immer ins Gedächtnis rufen. Und da kann man berechtigterweise ja einfach mal fragen, wofür? Wofür? Also, ist ja schön, dass die Plattformen irgendwo mithalten wollen mit anderen und konkurrenzfähig bleiben wollen, aber, ja, oder, ne, also wenn die, wenn die, äh, Qualität jetzt herausragend wäre oder so, dann könnte ich ja noch sagen, ja, wir verbessern jetzt, aber das ist ja, un, also diese, diese Änderung bei Redbubble kam ja jetzt ungeachtet irgendwelcher Improvements oder neuen Features. Die haben ja nicht gesagt, hey, wir haben hier dieses coole neue Feature, so wie das, ähm, wie das Spreadshirt verkaufen wollte. Dass sie gesagt haben, ja, Preise sind jetzt einheitlich und das kostet alles ein bisschen weniger für den Kunden und deswegen wird der Warenkorbwert ja größer und ihr verkauft mehr und deswegen ist das gar nicht so schlimm, dass ihr weniger bekommt, ja. Redbubble hat ja noch nicht mal das gemacht, sondern sie haben einfach gesagt, ihr bezahlt jetzt eine monatliche Vieh. That's it. Einfach, einfach so rausgehauen, ja. Ja, von 24 bis ja noch mehr Prozent, also, ähm, jemand hatte bei uns in der Gruppe geschrieben, naja, er macht jetzt auf Redbubble sowieso nur 25 Dollar im Monat, also halt nicht besonders viel, aber von diesen 25 Dollar muss er jetzt 11,50 Dollar abgeben. What? 11,50 Dollar. Das ist fast die Hälfte, das sind fast 50 Prozent, die man nochmal abdrücken kann. Ja, kannst du doch völlig, also, völlig vergessen. Ähm, ja, also fand ich ein bisschen komisch, wie natürlich auch viele, viele andere. Es gab Reddit-Posts, es wurde reichlich getwittert, ähm, weil ja auch nicht gefragt wurde. Also, es wurde ja nicht so wie, ja, wir überlegen, das einzuführen und was sagt ihr denn dazu? Ich meine, klar ist so ein Feedback auf sowas immer beschissen, das ist mir schon klar, ja. Und danach zu fragen, ja, bringt wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel, ne, also, dass man da jetzt Zustimmung bekommt, ja, ja, nehmt euch ruhig noch mehr, äh, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber sie haben ja wirklich einfach gesagt, so, hier ist die E-Mail, ab dem 1. Mai wird das umgesetzt. Was ja auch, also, da war ja jetzt kein großer Vorlauf, ne. So zieht man natürlich auch niemanden an, ja. Also, ich meine, wenn die Plattform, und das gilt halt auch für Spreadshirt und alle anderen Plattformen, die in diese Richtung gehen, wenn die Plattform viel unattraktiver wird dadurch, dann ziehe ich natürlich auch nur noch die Leute an, die mit dem Upload-Tool irgendwas hochballern, weil es halt eh egal ist. Man nimmt es einfach nur so mit, ja. Ja, damit, logisch, dass da jetzt kein Künstler ankommt und sagt, oh, ja, hier lade ich aber meine individuellen Arts hoch, damit ich dann da 1,90 Dollar für bekomme und am Ende nochmal 60 Cent abgeben darf. Bei jedem Verkauf. Naja, also, und es geht ja um die Designs auf den Plattformen, ja. Und wenn ich nicht mal andere oder bessere Designs habe, sondern es das gleiche Design auf Amazon gibt und ich dann auch noch weniger bezahle für das Produkt und es schneller da ist und ich keine Portokosten habe und ich es 90 Tage zurückschicken kann, ja, wieso sollte dann jemand bei denen bestellen? Sollte das wirklich so live gehen, wonach es ja aussieht, haben sie sich halt einfach selbst abgeschossen, weil das, was ich jetzt in den Gruppen mitbekommen habe, sind wirklich einige sehr stark getroffen, die sich da so Shops aufgebaut haben über Jahre hinweg, also wirklich länger als es MBA gibt und die jetzt quasi einfach aus dem Nichts einen Haufen Geld mit abdrücken, von heute auf morgen quasi weniger Einnahmen haben und da haben schon einige gesagt, dass sie jetzt einfach nach Alternativen umgucken und mit ihren gesamten Designs einfach woanders hinziehen und kann ich absolut nachvollziehen. Man darf halt nicht dem Irrtum unterliegen, dass man von BUD-Plattformen tatsächlich als respektierter Künstler oder sogar Geschäftspartner gesehen wird. Klar, ich meine jetzt auch gar nicht in dem Sinne, dass die Plattformen sagen, wir sind so froh, dass du hier bei uns bist und wir haben mit dir hier eine Partnerschaft, die ausgeglichen sein soll. Das meine ich ja gar nicht. Aber es ist doch in ihrem eigenen Interesse, dass sie Leute da haben, die qualitativ hochwertige Sachen machen. Also sie sollen es ja nur aus einem eigenen Interesse heraus machen. So, unverständlich. Unverständlich.